Wie Sie eine Qualitätsmaske erkennen können und wie Sie sich vor gefälschten Masken schützen, zeigt Ihnen der 4-Punkte-Fake-Check von Trotec. Hochwertige Mund-Nasen-Masken besitzen einen anatomisch anpassbaren Nasenbügel. So lässt sich die Maske optimal an die Gesichtszüge anpassen und der Bügel bleibt formstabil. Bei minderwertigen Masken ist dies häufig nicht der Fall. Gefährliche Keime können ein- und ausgeatmet werden. Qualitätsmasken sind wasserdicht und feuchten nicht durch. Verwenden Sie die Maske wie einen Kaffeefilter und schütten Sie Wasser auf die Maskenfläche. Das Wasser sollte auf der Oberfläche tanzen, ohne zu durchfeuchten. Tupfen Sie die mit Wasser befüllte Maske auf eine Serviette. Bleibt die Serviette trocken, bietet die Maske einen sicheren Schutz vor Feuchtigkeit beim Sprechen. Wird die Serviette feucht, dann ist das Material der Maske minderwertig. Dreilagige Mund-Nasen-Masken verwenden als mittlere Lage ein hochwertiges Melt-Blow-Filter-Fleece. Auch wenn es schmerzt, zerschneiden Sie die Maske und prüfen Sie die mittlere Schicht. Nur Masken mit einem Fleece aus schmelzgesponnenen Mikrofasern haben auch eine Filterwirkung und verhindern das durchdringen krankmachender Keime. Besteht die mittlere Schicht jedoch aus einfachem Papier, dann wurde an dieser Maske beim wichtigsten Bestandteil gespart, an der Filterfunktion. Die Feuerprobe für qualitativ hochwertige Mund-Nasen-Masken ist der Feuertest. Denn hochwertige Masken brennen nicht. Echtes Filtervlies aus schmelzgesponnenen Mikrofasern ist nicht entflammbar. Es schmilzt. Anders sieht es bei Mund-Nasen-Masken ohne Filtervlies aus. Diese Masken brennen lichterloh und Sie können sicher sein, dass in dieser Maske kein schützendes Filtervlies verarbeitet wurde. Vertrauen Sie nicht auf gute Worte. Vertrauen Sie auf die Qualität und Expertise eines deutschen Marktführers aus der Filtertechnik. Trotec Mund-Nasen-Masken sind anatomisch anpassbar und dauerhaft formstabil. Die Masken sind wasserdicht und feuchten auch nach längerer Tragezeit nicht durch. Das eingearbeitete Filtervlies wurde von europäischen Instituten getestet und schützt nachweislich vor krankmachenden Keimen. Gehen Sie auf Nummer sicher. Setzen Sie auf die Qualität von Trotec. Besuchen Sie unsere Homepage unter www.trotec.de Einsatz.de Maria